Hey, wie Kabisa. Genau. Das Gebrüll ist eine sehr machtvolle Gabe. Man kann mit ihr sehr viel Gutes bewirken, aber mit ihr auch schreckliches Unheil herbeiführen. Ich würde nie so werden wie Ska. Niemals! Ich bin froh, das zu hören, Sohn. Denn von heute an wirst du der Anführer der Neuengarde der Löwen sein. Ich werd was? Hast du Simba nicht zugehört? Haha! Der Anführer der Neuengarde. Neuengarde. Wer bist du? Ja! Ja! Genau! Du!